Ich hatte viel Zeit, sie mir auszudenken, Batman, als du mich geschlallt und gedemütigt in Arkham City zurückliest. Ich bin der Riddler, Batman. Ich toleriere keine Erniedrigungen. Ich zahle sie zurück. Löse meine Rätsel, wenn du es kannst. Sie werden später sehr wichtig sein. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Streife das über. Es wird sie schon lähmen. Spannende Musik Spannende Musik Wie lange bist du schon hier unten? Eine Woche. Ich bin seit einem Monat hier. Ein Monat? Diesem rattenverseuchten Drecks-Tunnel? Ich habe schon schon eine Rotte gesehen. Ernsthaft? Ich hatte mal einen undercover Job im Peña Dura. Musste so tun, als wäre ich ein normaler Häftling, bis das Einsatzteam kam. Wenigstens kommen wir heute hier raus. Der Er steht los, bis dasining heimlich ist. Sollten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist los? Es ist die Zinnermarke! Da verdammst du dich nicht mehr! Alle hier helfen! Du kannst mir nicht wehtun! Das hab ich kommen sehen! Du, mein Ding mal auf! Du tust dir nicht weh! Schaff den! Hier, das sollte helfen! Auf geht's! Auf geht's! Zeig dich, ich helfe dir mal! Ja, ich hab was gemacht! Das war's! Ich bin der Schoen! Der Schoen ist tot! Ihr scherbt! Schieft noch jemanden! Ich bin der Schoen! Die Schoen... Ah! Du bist nicht der Einzige, der bei einem Faustkampf mit einem Panzer ankommen kann, nur der Einzige, der sich nicht traut, tödliche Munition zu benutzen. Der Typ kennt mich nicht zu unterliegen, oder? Ich denke, du wärst hier eingesperrt. Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein paar Panzer Batman aufhalten? Was ist los, Bats? Hast du das Auto vergessen? Die Schlüssel verloren? Gib mir die Fernbedienung, ich versuch's. Ich versuch's. Das ist ein Wettbewerb. Und den Arken Knight büßen zu lassen. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in den Tunneln. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Aber er ist hier! Er hat die Tür! Er hat die Tür! So erhört den Klarer-Scanner des Bettmobils. Zeigen nur einen Körper! Das ist der Fahrer. Kein Zeichen, dass die Fahrer-Scanner der Bettmobils zeigt. Er weiß, wo sie ist. Er kommt nicht davon. Schieße Rakete ab! Feuer! Da kommt jeder! Weg von der Straße! Feuer! Ich werde sie nicht entnehmen! Ich werde sie nicht entnehmen! Ich werde sie nicht entnehmen! Bereit machen! Na, kommt näher! Trägt ihn von der Straße! Ich werde sie nicht entnehmen! 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 desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Du rennst deinem Ziel vorhin nachher und es ist dir immer ein Schritt voraus. Hättest du zuerst zugeschlagen, hättest du mich und alle anderen vor Langen getötet. Doch du hast Angst. Sir, wir verfolgen ein sich schnell bewegenes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. So was hab ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeig, was es bedeutet, wenn wir kriegen zu ziehen. Der Drohnenvirus überschreibt die Feinderkennungssysteme der Milizdrohnen. Eine infizierte Drohne wird statt des Batmobils andere Drohnen anvisieren. Wird der Virus bei höherer Waffenenergie eingesetzt, werden mehrere Ziele infiziert. Batmobil gesichtet! Grand Avenue! Sir, ich hab die Kontrolle über eine Drohne verloren. Er überschreibt meine Befehle. Stand ab von deinen Alten! Erledige ihn! Rattler getroffen! Drohnen-Telemetrie offline! Schatz unter den... Heizen Sie mich ein, Sergeant! Sogebrachte wohl nichts umzuschreiben! Rattler gehackt! Panzerung hält! Direkter Trennung an der Rattler! Du begreifst allwählich, oder? Dass du endlich mein Ding verteilen kannst! Batman hat seine Drohne zerstört! Brotter Rill ist dahinten! Er war genau da! Fangt ihn! Sir, ich habe mir wie gewünscht Norse Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson Sie schon einige Zeit dem Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, Sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird Sie auf einem Dach am Ranala-Fairhafen treffen. Danke, Everett. In der Zwischenzeit, Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert. Falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten. Nichts, scherz! Ich habe mich über den Se certification. Er ist mit Moritz, ein행. Wir sind die Schmerzen, in klarer Lanker. Wir sind die Gelegenheit. Wir sind diese Menschen, in der Verkaufgabe. Das ist die Schmerzen. Wir sind die Schmerzen, in der Verkaufgabe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Mit Morale für diese Freaks. Und dann fange ich mal an. Ich erinnere mich daran, wie der Pinguin uns angeheuert hat. Er bot uns eine Riesenladung, Cap. Das ist nicht gut. Gewöhnliche Ganoven, die zusammenarbeiten. Zu meiner Zeit war das nicht so. Da hat man sich noch an Regeln gehalten. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Hat sie auf den Tisch gehauen. Und sie ihm dann ins Gesicht gedrückt. So was habe ich noch nie gesehen. Oh Mann. Dem Mistker gefällt sogar. Er sagt, sie verschafft ihm Respekt. Mir verschafft sie nur das Gefühl, dass ich kotzen möchte, wenn ich sie sehe. Und du? Wie findest du das verbrannte Gesicht von Dent? Das ist in Ordnung. Was? Schlapp fest dazu, du Freak! Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Was hast du vergesst? Nein, nein, nein! Es ist Batman! Hau'n wir ab von... Raffinesse funktioniert. Wenn Sie den Wagen hören, sind Sie alarmiert. Ich muss Ihnen über die... Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv. Solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Rett auf! Fahr in den Hof! Und willst du uns umbringen? Es ist Batman! Wir müssen sofort hier raus! Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf! Bist du bereit? Das führt ihn doch wieder zum Koppelpunkt! Was soll ich sonst machen? Fahr weiter! Vielleicht lässt er sich abschütteln! Siehst du ihn? Ich bin ja am Fahren! Schon klar, aber ich sehe ihn nicht! Ob wir ihn los sind? Was weiß ich! Guck weiter! Wir müssen sicher sein, ehe wir zurückfahren! Scarecrow sollte sich doch um diesen Batman kümmern! Er ist weg! Gott sei Dank! Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet! Geschafft! Wir haben es tatsächlich geschafft! Vergiss Batman! Der ist überbewertet! Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mithalten! Versteck! Was ist das? Ist euch jemand gefolgt? Wenn man hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Herrsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Behaltet euch lieber. Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaub, diesen Müll wird ihm bünden es nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine heidene Angst ein. Ja, ihr habt gehört, er hat irgendwas mit seinem Gesicht nach mir gestellt. Ziemlich fies. Mein Plan ist, so weit weg von Scarecrow zu bleiben wie möglich. Das würde ich dir auch sagen. Hier, nicht Seite! Das ist schwer gesichert. Das muss das Versteckte sein. Ich brauche Hilfe! Der entkommt mir! Da ist er! Diesmal kommt er nicht davon! Das Dach war schwer gesichert. Das muss der Eingang sein. Komm schon, tu irgendwas! Du machst mich ja lächerlich! Was ist mit der Fledermaus? Oh, Batman! Sorge dich nicht um Batman! Der gibt's schon bald nicht mehr! Ja, er ist weg! Er ist ein Nichts! Ich hab's auch gesagt! Er konnte nicht mal mit den beiden in dem schrottigen Track mithalten! Er wird überschätzt! Egal! Er gehört! Ich hab euch was zu sagen! Wie ihr wisst! Und es bricht mir wirklich das Herz! Haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen! Ich weiß, ich weiß, es muss spät! Aber seht es doch mal so! Wir sind verdammt reich! Ja! Ja! Seht es euch an! Wundervolles Geld! Und es gehört alles um mir! Und unser Anteil! Keine Sorge, Junge! Du kriegst einen Teil versprochen! So! Hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Wir warten! Gebt einfach weiter Waffen an jeden Loser aus, der mit einer Handvoll Geld vorbeikommt! Die Abwachung mit Scarecrow gilt nur für begrenzte Zeit! Der Clown ist tot! Und Batman bald auch! Dann gehört Gotham uns! Und ich werde es mir nehmen! Ich will alles! Wenn jemand diese Stadt nur ansieht, will ich meinen Anteil! Dann töten wir denn so die anderen, was? Two-Face hat in Arkham City meinen Bruder getötet! Er sollte tot sein, statt Banken auszurauben! Das ist aber nicht sinnvoll, oder? Sie bezahlen uns nicht fürs nett sein! Gebt dem Mann eine Zigarre! Natürlich bringen wir den verdammten hässlichen Mistkerl um! Wir töten sie alle, Jungs! Ich bin nicht genau da! Nein, 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 ich schließe drauf! Das ist mein Schein! Meiner Mann, komm schon! Sexy, sexy Schein! Sei vorsichtig mit der Beute! Ich will doch nicht denken müssen, ihr hättet sie mir gestohlen und irgendwo versteckt! Psst! Das wird großartig! Er weiß nicht einmal, dass du hier bist! Komm schon! Sieh dir all diese Scheine an! Wir werden so reich sein! Ach, noch einmal so reich sein! Wir werden so reich sein! Seid das spät! Geld, Geld, Geld. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo Sie sind. Sie hatte er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Ach, Sie wollten zu dem Clown namens Simon's Deck? Hier gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Art... Hüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht, wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt. Wir schießen, Batman. Fünf. Lass ihn los. Vier. Wir machen dich kalt, ist uns egal. Drei. Lass ihn los. Sofort. Zwei. Deine Zeit läuft gleich ab. Eins. Zu spät. Sieh mal einer an. Ein neuer Kopf für den Rauchsalon. Bring mir jemand eine Säge. Ja, ha, 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 ha. Was ist mit der Fledermaus? Batman? Sorge nicht nicht um Batman. Den gibt's schon bald nicht mehr. Ja, er ist weg. Der ist ein Mensch. Ich hab's doch gesagt. Psst. Das wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Sie wollten zu dem Kerl namens Simon Steck? Hier gehört ein Farmerunternehmen oder sowas in der Art. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht. Wirklich? Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt. Wir schießen, Batman. Fünf. Lass ihn los. Vier. Wir machen nicht kalt, ist uns egal. Nein. Lass ihn los. So farb. Das wird dir auch nicht helfen. Scarecrow wird dich brechen. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest, Jungs. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Seht zu und lernt. Wird seine Rübe geklecht von hinten? Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Was machen wir jetzt? Schlitz ihn auf! Ey, diese! Putz ihn weg! Sonne! Die sind schief. Schief. Ach! Ach! Putz ihn weg! Sonne! Schief. Das war's für heute. Die Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht auch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Mach dir doch nur, um einschüchtern zu klingen. Mal sehen. Wir haben einen Haufen Sprengstoff und du hast Explosiv-Gel. Man braucht nicht den weltbesten Detektiv, um auf die Lösung zu kommen. Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats? Drück ab und du tötest uns beide! Drück ab und du erwischst uns beide! Wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion eindämmen. Wir haben wirklich gutes Geld für so etwas zahlen, aber wir haben wirklich keine Zeit. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin noch zu nah dran, um die Ladung zu zünden. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Ich bin noch zu schätzen. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ich bin noch zu schätzen. Ich bin noch zu schätzen. Ich bin noch zu schätzen. Ich bin schon ein Laster. Ich bin ein Laster. Ich bin noch zu schätzen. Ich bin noch zu schätzen. Ich bin noch zu schätzen. Ich bin sofort. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Ab ihn? Ich weiß nicht. Glaube schon. Fällts raus. Find die Leiche. Nein. Du gehst. Du willst sie doch getroffen haben. Oh, war mein Fehler. Das warst bestimmt du. Du bist immerhin der Schlafschütze. Ich, ich bin eher den A-Kämpfer. Seit wann? Seit gerade eben. Also, warten wir einfach? Warten, was passiert? Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Hier regnet ständig und es stinkt. Nee, tut mir leid. Ich muss mich Harveys Gang anschließen. Wir haben das. Ich geh da nicht weiter. Er lauert das sicher. Vielleicht haben wir ihn erwischt. Das wird eine lange Nacht werden. Ich muss alle Einheiten der Miliz und die Geschütze ausschalten, bevor ich die Fernsteuerung deaktiviere. Seht ihr jemanden? Ist er da drin? Halte die Augen offen. Er ist mit seinem Arscher, wie geht's um hier? Zentrale, bitte kommen. Hier befindet sich eine Leiche auf einem Dach in Kingston. Sieht übel aus. Schau, dass wir hier sind. Ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Erfurt, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, einer fortschrittlichen medizinischen Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Stagg's Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Bettmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich geh zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir.